Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Donnerstag, dem 1. Juli 2021. Ihr hört Geek Talk Daily 1035. Heute mit den folgenden Themen. xCloud, International Collection, Übernahmen und Oppo. Ich starte gleich mit dem xCloud Gaming. Und das ist jetzt endlich auch aus der Beta rausgefallen. Und zwar das xCloud Gaming Service für xCloud. Also quasi Microsoft Gaming Cloud Service xCloud für den Browser. Das heisst, ab sofort kann man über 100 Spiele, und deutlich über 100 Spiele sind es ja mittlerweile, auf dem iPhone, auf dem iPad, auf dem Mac und so weiter, also auf den Apple-Geräten, spielen. Direkt im Browser. Sehr toll, darauf freue ich mich. Endlich kann ich diesen Dienst auch auf anderen Geräten nutzen, als nur auf dem Windows-Rechner. Und das eben ausserhalb der Beta. Jetzt fehlt mir nur der entsprechende Controller, und dann kann ich richtig loslegen. Gut, Zeit muss ich da noch ein bisschen haben, aber das ist ja immer ein anderes Thema. Weiter geht's mit der International Collection. Das bezieht sich auf die Apple Watch. Apple hat nämlich neue Ziffern, Blätter und die dazu passenden Armbänder im Angebot. Insgesamt sind es 22 limitierte Sport-Loop-Armbänder in frohen Designs. Mit dabei sind zum Beispiel Länder wie Australien, Belgien, Brasilien, China, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Grossbritannien, Griechenland, Italien, Jamaika, Japan, Kanada, Mexiko, Niederlande, Neuseeland, Russland, Südafrika, Südkorea, Spanien, Schweden und die USA. Die Bänder gibt es jeweils für die 40 Millimeter, wie auch für die 44 Millimeter Grösse. Ab circa um die 45 Währungseinheiten seid ihr da schon mit dabei. Wer also ein bisschen Bekenntnis für das eigene Land liefern möchte, oder auch für ein anderes Land, der kann das tun. Jetzt wo die Schweiz-EM Gewinner ist fast schon, fehlt da natürlich noch das Schweizer Band irgendwie. Weiter geht's mit dem Xbox-Chef. Der hat sich nämlich in einem Interview unterhalten rund um das Thema Übernahmen von Entwicklerstudios. Er sagt selber, dass das eine gute Geschichte sei, weil das der Gaming-Markt sowieso braucht und schon seit vielen Jahren so macht, dass interessante Spiele-Schmieden eben von den Größeren geschluckt werden, um die Spiele für noch mehr Leute zugänglich zu machen. Im Falle von Microsoft und Xbox finde ich das auch spannend, weil ich bekomme ja da die meisten Titel in den vorher genannten Gaming-Pass mit rein und kann den dann überall spielen. Ob das schlussendlich auch für den Kunden auf viele Jahre hinweg gesehen gut ist, wenn es dann viel weniger Anbieter gibt, das wird sich zeigen müssen. Aber ich denke, gerade in dem Bereich tut sich da auch immer wieder mal was Neues auf. Wir werden es sehen. Bei Oppo soll sich auch Neues auftun. Man denkt jetzt nämlich laut darüber nach, kommende Smartphones mit einem Drei-Jahres-Plan zu versehen. So sollen die Find X-Geräte sowie die Renault-Serie, aber auch die A-Serie, Find X ist das oberste, Renault ist die Mid-Range-Geschichte und A-Serie ist so die Einstiegsklasse, mit Updates bereichert werden und zwar nicht mit Feature-Updates. Das gibt es ja eher selten unter Android, ist böse gesagt, aber das ist leider so. Ne, Sicherheits-Updates sollen kommen. Hier staffelt man aber leider schon auch wieder ein bisschen. Man denkt an jeden Monat ein Sicherheits-Update für die Find X-Serie, also für die grosse, für die teure Serie zu bringen und für die unteren beiden so einmal im Quartal. Ich bin mal sehr gespannt aus Historie gesehen, Oppo gibt es ja noch nicht allzu lange, aber für mein Renault 2 habe ich noch nicht viele Updates gesehen und das war ja, gut ist nur Mittelklasse-Telefon, aber dennoch unschön. Mal schauen, ob sie es einhalten können, weil grundsätzlich ist ja das nicht ein schönes Versprechen an die Menschheit und weil man so cool ist, sondern eigentlich ist ja das, was Google voraussetzt, um eben die Google-Dienste nutzen zu dürfen. Sprich, Google-Partner müssen sowieso vierteljährlich ein Sicherheits-Patch zur Verfügung stellen. Aber eben, wir werden es sehen, wie es läuft und behalten es logischerweise in den Augen. In diesem Sinne, das waren es mit den Neuigkeiten zum heutigen Donnerstag. Ich wünsche euch noch einen schönen und erfolgreichen Tag und wenn ihr hört und wenn ihr mögt, hoffentlich bis zum nächsten Mal, wenn ihr ihn wieder hinhört, so rum vielleicht, genau. Euer Pogipsi, tschüss. Hört mehr Geek Talk.